Das kriegt ja alles zurück, ey! Ich dachte mal, wie die Hupen kommt! Oder verliert mir erst einen Rat und dampft dann. Oder dämpft mir zuerst und verliert dann einen Rat. Zuerst dampfen, dann einen Rat. Ist das so? Ich glaube, das kann aber auch anders ein Flasht. Hängt das auch damit zusammen, wo man einen trifft? Ja, genau, genau. Das ist schon wieder so ein Ding, wo man nicht wahr ist bei den Spielen. Obwohl man schon jahrelang spielt. Das wäre wirklich schwer, rauszukriegen. Ha! Slam! Was willst denn du, Hauer? Verdammt! Verdammt! Ja, ich komm rein! Ja, ich seh rein! Nein! Das kriegt ja alles zurück, ey! Ich sag mal, wie die Hupen kommt! Ich komm rein! Wie die Hupen kommt, der kippt uns! Nein, kommt da rum! Nein, nein, nein! Nein, nein! Ha! 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 Doch, ich bin doch über den Armand angefahren. So, jetzt ist der andere dran. Das nächste Mobbing-Up. Geht's aber auch gut! Ach, da hinfliegt der! Oh, wie koppel! Oh, da verviel Energie hast du nur noch! Okay, der ist noch knapp fit! Ja, ja! Ja, ich hab bis jetzt nur ausgeteilt! So sieht's aus, ja! So sieht's aus, ja! Ich stelle dich mal aus! So wie's hittern! Vor dir! Oh! 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 Das sieht so weit wie gut aus hier. Alles drin. Alles brennt schon. Oh, jetzt grad, ja. Unrat verloren. Vorne links, äh, rechts meine ich. Das heißt, äh, schlechte Linkskurve, aber gute Rechtskurve. Oh, 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 oh. Luis ist am Augenblick so. Äh, jetzt hat er's. Oh.